Es ist sehr wichtig, glaube ich, zu verstehen generell, dass Antibiotika ein ganz, ganz wichtiges Medikament sind, das wir Menschen brauchen, das für die moderne Medizin von ganz großer Bedeutung ist. Das heißt, das ist ein Schatz, so bezeichne ich das gerne, ein Schatz, den wir hüten müssen, damit er nach wie vor wirksam bleibt. Und darum müssen wir mit Antibiotika sorgsam umgehen. Und es gibt eben in verschiedenen Ländern unterschiedlichen Raten. Es gibt aber prinzipiell durchaus den Einsatz von Antibiotika, wo er nicht zwingend indiziert ist. Das heißt also ein riesiges Gebiet, an dem wir arbeiten müssen, ist dafür zu sorgen, dass Antibiotika wirklich nur eingesetzt werden, wenn sie wirklich eingesetzt werden müssen.